Seid gegrüßt zum Tor der Hölle. Ja, so empfinde ich das jetzt, wo ich bei der letzten Folge stehen geblieben bin. Da muss wohl irgendwie so ein super Magier sein, ein hoher Magier schätze ich mal, der dann irgendwie von irgendeiner anderen Stelle aus mich da, habt ihr ja gesehen. Bin am überlegen, ob ich denn da weitermache. Ja, deswegen, wenn ich da jetzt durchgehe, dann weiß ich, da kommen noch mehr, mehr Knochenkrieger. Außerdem muss ich nochmal hier ein bisschen kurz einrindern, ist klar, das hätte ich vorher machen sollen, aber das geht ja jetzt fixer und ja, da muss ich mir überlegen, ob ich das irgendwie später mache. Weil irgendwo, irgendwo ist da oben irgendwas noch im Bache, im Busche. Oder da, ich weiß es nicht. Gut, gucken wir mal, ob wir hier irgend noch was, ja, das haben wir alles abgesucht. Ob wir irgendwie noch so auf Seitenwegen was finden, von irgendwelchen Kreaturen, Knochenkriegern, ähm, Kristall Golems. Schauen wir mal, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ja, zum Beispiel hier, die, 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 ne, da, 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 hast du Kristall Golem. Gucken wir mal, was noch so in der Nähe ist. Hier war ja auch einer. Okay, jetzt kommt die große Frage. Ist hier jetzt Dead End? Sackgasse? Ja, ist. Aha. Da kommt hier also überhaupt nichts weiter. Da war Dead End auch. Hä, ist das doof. Da muss ich mal gucken. So, da waren wir. Ob wir irgendwie an dieser Seite aus... Ja! Genau, richtig. Da haben wir jetzt ein Kristall Golemi. Oha. Und da kommt wieder das SEK-Kommando. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch geschlagen. Okay. Wow, 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 wow. Speichern. So, mal gucken. Schnell handeln. Oha, ist ja schon wieder weg. Na, da hinten ist er. Okay. Los, komm. Sag doch mal endlich, dass ich hier bin. Hä? Gut, dann komm an. Hinten ist auch nichts. Der bleibt doch irgendwo wieder hängen. Da ist er ja. Okay. So, mal gucken. Was ich noch... Wird ich mal versuchen, ihn an eine Stelle zu locken, wo er hängen bleibt. Genau. Können ihn so ein bisschen schon... Ach, komm nicht vorbei. Mist. Ja. Klappt doch bis jetzt. Ja, kann sich nicht entscheiden hier. Ist doch nicht die hellste Kerze-Ofer-Torte, wa? Okay, ein eingebüßt. So, was rollt denn hier an mir vorbei? Bin ich jetzt aufgenommen? Nee, noch nicht. Hier ist noch eine Heilpflanze. Gibt es hier noch welche? Nein. Okay. Und nehmen und ein bisschen zu uns was nehmen und abspeichern. Oh, diese Querflöte. Manchmal nervt es ein bisschen. Auf Dauer. So, ist hier noch irgendwas Fruchtiges versteckt? Nein, aber hier. Feuerkraut, Dunkelpilz. Sonst noch was? So, jetzt gibt es wieder irgendwo etwas Unübersichtliches. Wo ich nicht weiß. Guck mal, da ist immer irgendwie Seraphis oder Blauflieder. Da ist noch ein Knochenkrieg. Der scheint aber ein bisschen weiter weg zu sein. Und zwar da an der Stellen da hinten. Gut, okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen... Ah, Blauflieder, okay. Hier ist dann... Ah, schaut einmal. Guck. Okay, da waren wir ja. Feuerkraut. So. Weiter gehe ich nicht ran. Feichern. So, dann nochmal gucken, ob wir den irgendwie ein bisschen anteasern können. Mist. Ah, verstehe. Der ist ein bisschen da in der Höhle drin. Nee, der Pfeil, der bleibt da irgendwo stecken. Irgendwo hängen. Gucken. Hier vielleicht. Da. Okay, er kommt mit seiner... Mit seiner Axt da an. Schauen wir mal, ob er auch wieder irgendwie hängen bleibt. Oder die seine Kreise zieht. So wie... Ups. Wie hier. Na, willst du nicht? Hä? Ach, da oben. Da oben geht es noch hoch. Okay. Gut. Dann mach doch keine artistischen Übungen hier. Okay, mal ein bisschen Abstand wahren. Na, wo bist du? Na, da. Bleibt er wieder hängen. So. So wird doch ein Schuh draus. Er versucht ja auch, hängen zu bleiben. Oder rüber zu klettern. Gut. Auch den hätten wir jetzt mal erledigt. Gehen wir wieder hier hin. Speichern. Weiter abscouten hier. Ist hier noch was in der Nähe? Okay, nicht. Schauen wir mal, was wir hier noch. Feldknöterig. Ja. Alles gut. Was haben wir hier? Kronstöckel. Das ist wichtig, liebe Leute. Kronstöckelchen. Gucken, war ich schon um den Baum hier herum? Ja. Kletter mal gemächlich auf die Wurzel. Ja, war ich doch. Okay. Noch was hier im Gebüsch versteckt. Da. Ein Pflänzchen. Ja, es fehlt irgendwie hier so eine Alchemiebank oder sowas. Da gibt es jede Menge Pilze. Da oben geht es auch wieder hoch und zu einem Kristall-Golem. Aber, erst mal gucken wir mal, wo wir hier rumkommen. Aber hier schon nicht so ganz. Hier kann ich noch nichts erkennen. Hier geht es wieder runter. Zu einem Kristall-Golem. Und da hinten stehen zwei Lebkuchen-Steinwächter. Ja, Lebkuchen kann man übrigens auch zu Stein verarbeiten. Beziehungsweise ganz viel, naja, also wenn man Lebkuchen, so richtig viel Salz oder überhaupt einen Hefeteig, Salzteig kreiert, dann hat man richtig steinharte Geschichten. Ich speichere mal. Ups, jetzt ist die Sonne verschwunden. Okay, im Wald morcheln. Kann man auch eine wunderbare Waldmorchelsuppe machen. Äh, was ist denn das für ein Pilz? Och, ein seltenes Exemplar. Waldgeilen Täubling, richtig, ja. Gab es ja vor etlichen Folgen. Ah, go. Ja, was könnte da wieder sein? Ja. Ja, okay. Machen wir mal die Eins. Das war zu nah. An die Kamera. Sorry. Aber da kann ich jetzt auch nicht großartig noch was ändern während des Kampfes. Aber dafür haben wir diesen Kristall-Golem hier mal schön fertig gemacht. Okay. Noch was? Ah, es dämmert schon wieder so ein bisschen. Das sieht nach Dead End aus. Okay. Oh, hier. Ein Schrein. Ein Schrein. Und die tut der Schrein mich nicht anschreien. Adanos-Statue. Ja, da kann man was machen. Zum Glück keine Belia-Statue, weil die tut mich anschreien. Gut, ich will beten und spende. Inner schenkt dir Mana plus eins. Ach, heilen kann er mich auch. Gut, dann machen wir das mal vorsichtshalber mal. Vollständig geheilt. Danke sehr für deine Gabe. Hast du denn hier noch was? Eine Truhe. Er hat noch eine Truhe hier. Hinter sich versteckt. Okay, ich glaube, ich muss von der Seite ran. Richtig? Okay. Er ist ja sie. Scheintafel der Magie. Äh, der Magie. Wunderbar. Dann werden wir die auch mal gleich lesen. Unter Schriften. Da ist er. Mana plus sechs. Erstmal hier von ihm einen Mana gekriegt. Und jetzt hier fünf Mana zusätzlich. Ne, sechs Mana da zusätzlich. Schön. Okay. Dann haben wir das hier auch schon mal abgegrast. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch verbirgt. Da könnte was sein. Abspeichern. Mhm. Wie muss ich denn da rum? Gar nicht. Oder geht's hier weiter? Nein, hier ist dicht. Okay, also erstmal ein bisschen gucken, ob es hier noch was versteckt gibt. Nein. Weißt du, ich muss wieder zurück. Jetzt hier schon hier im Gestrüpp nachgeguckt. Und wo? Ach du liebes Läuschen. Da ist er. Menno. Okay, jetzt will ich mal wissen. Wenn ich nämlich hier hochgehe, dann wird's getriggert. Dann heißt es, da ist er. So, komm. Doch noch nicht so ganz. Hm. Da oben muss doch was sein. Da oben kommen sie doch runtergefallen, oder was? Dann gehe ich nochmal hier kurz nah ran. Und dann. Mann. Jetzt. Okay, mal gucken, was passiert. Komm. Auf jeden Fall schon mal. Hier bleibt er so ein bisschen stehen. Da ist der andere, der versucht hochzukommen. Au, Mist. Weg. Ah, jetzt sind sie beide oben. Oh, weia. Ein Gestrüpp ist das. Ach, hier ist die Öle. Ho, ab. Aufpassen, Micky. So, kommen wir mal. Ach, hier ist der andere Gang. Das war knapp. Risiko hoch. Badadum, badadum, badadum. Ah! Äh. Okay. Nochmal gucken. Warte mal. Dann machen wir das gleich mal anders. Dass wir ein bisschen Chancen haben. So. Wunderbar. Der zweite befindet sich wo? Ach, da unten ist er. Okay. Schnell abspeichern. Okay. Ich muss leider noch mal neu, äh, mein Dings einladen. Weil ich gerade eben wieder einen Versuch unternommen habe. Deswegen werden wir das... Oh, da ist er. Da ist er hingekommen. Soll es hier doch... Meine Bart... Dämonen zwei Axt. Okay. Okay, er hält sich da noch irgendwie fest da hinten. Aber noch... Hallo. Jetzt. Mist, bleib ich. Hängen. Mist. Ich will nicht, dass du hier wieder hochsteigst. Jetzt. Nein, er ist hochgestiegen, dieser Säckel. Aber er... Er... Er versucht da irgendwie noch an mich ranzukommen. Okay. Einmal darfst du zuhauen. Zweimal, dreimal. Aber jetzt ist Schluss. So. Oh. Oh, manometer. Irgendwie habe ich, glaube ich, noch einen Pfeil verloren. Gehabt. Nee. Okay, dann sind die hier oben auch schon mal weg. Essen, trinken, speichern. Jetzt gab es dann noch so einen Dämon... Äh, Quatsch. Einen Golem, Kristallgolem. Wo kam... Ja, genau. Hier ging es ja nicht mehr weiter. Und zwar, als ich hier runtergegangen bin. Auf der anderen Seite... Irgendwo... Waren. Hier unten, ne? Ja. Zweier oder Einer? Immer aufs Timing achten. Nicht wild rum und ballern. Das ist wichtig. Gut. Schauen wir mal. Da sind noch Steinwächte. Knusprige Steinwächte. Okay. Was macht er denn jetzt? Okay, einer ist futsch. Was ist das vorher? Da gibt es nichts. Wo ist er denn? Ach, der ist da unten runtergeflutscht. Das heißt also, ich könnte hier runter... Machen wir mal ein bisschen schnell hin. Okay. Wir haben zwar ausgeholt, aber... Ich habe keinen Schaden erlitten. Das ist schon mal perfekt. Aber wer bist du denn? Warst du geschlaffe oder was? Jetzt. Hoffentlich... Lutscht es weiter so. Aber bei der einen Stelle da... Wo plötzlich alles rot wird... Oh, meinen Augen. Das sah da nicht so prall aus. Das muss irgendwie so ein super Dämon sein. Ich schätze mal so ein Knochenkrieger-Dämon. Oder Magier. Okay. Dann haben wir die Stelle auch abgegrast. Dann haben wir hier noch die Plafo. Die Plattform. Die ist auch noch zu untersuchen gilt. Das heißt also, hier... Könnte ich... Irgendwie später mal transferiert werden. Von den anderen Plattformen, die unten im Tal sind. Das Trüchen. So, Concentration. Links. Links. Okay, dann kommt rechts. Habe ich doch eben gemacht. Links. Okay, viermal links dann. Okay, dann kommt rechts. Vielleicht nochmal. Nein. Okay. Und eine Steif... Steiftafel. Eine Steiftafel. Na, wunderbar. Deutsche Vielleistung. Steiftafel. Aber nicht von dem Puppenhersteller. So, wo ist denn hier die Steiftafel des Geschicks? Jetzt habe ich die Möglichkeit, Steiftiere zusammen zu knüpfen. Gut, wäre ich Geschicklichkeit. Okay, speichern wir mal. Und weiter geht es mit den Untersuchungen hier. Diesem Tal der Hölle. Auf dem Felsen der Hölle. Oh, genau. Feuer würzliches. Ist hier noch was. Lauflieder. Nein, du sollst bitte deine Fernwaffe nehmen. Da ist doch was. Was ist denn da? Irgendwas blaues. Sonst noch irgendwelche... Welches Gedöns? Hello? Ah, das ist so ein Teil. Boah, Alter. Was, was? Hoher Knochen-Mario. Ja, okay. Jetzt wissen wir es. Das ist ein hoher Knochen-Magier. Nachdem ich sämtliche Magie-Sprüche benutzt habe, auch gute, ist mir aufgefallen, der ist ja völlig magieresistent. Aber ich kann ihn ja mal ablenken mit meinem größten Spruch, den ich überhaupt habe. Muss ich ein bisschen weiter nach unten gehen. So. Und der ist ja nur gefeit vor... Der ist ja nur gefeit vor Magie. Aber wohl eher ein Wünscht. Gegen Kloppe hier. Also mechanische Schäden. Oh, Moment. Wo sind denn die anderen? Die hat ja alle weggeballert. Ach, du Liebesbieschen. Das ist doch Mist. In der Probe hat es doch noch funktioniert. Nein. Ja, und schon bin ich aus dem Rhythmus. Mal noch mal kurz vor dem Abgrund hier. Wenn ich es weitermache und den Rhythmus behalte, das heißt also, das Tastaturklackern hier... Nein. Nein. Okay, ich hätte noch ein bisschen... Die nächste Tag. Nein. Okay, ich von hinten, die anderen von vorne. Und wenn ich Glück habe, ein bisschen Geduld... Nein. Nicht mich angucken. Genau richtig. Haut mal drauf auf diesen blöden, hohen Knochenmagier. Mann, oh Mann, oh Mann. Wat ein Gewirr und Gewahr. Nein. Nicht beschworen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh. Nein. Den muss ich jetzt... Jetzt ist er wieder hier an der Elbstelle. So, also gegen physischen Schaden ist er zwar auch sehr gestärkt, aber... Ha! Ja! Gehen die jetzt auf mich los, oder was? Erfahrung plus null, das finde ich ja lustig. Ja, okay. Von mir aus... Ach so, die folgen mir. Ach, ich dachte schon. Okidoki. So, hoffentlich liegt er da nach oben. Genau, was haben wir denn? Mana Essenz, 33, Gold und Schwefel. Oh, alle Kopfhund. Na ja. Oh, was haben wir jetzt für einen Sound im Hintergrund? Loop? Ok. Leute. Cool. Dann wäre dieser Heinz schon mal erledigt, dieser Knochenmagier. Das speichern wir auch ab. So, auf zur Truhe. Hä? Ja, okay. Vielleicht noch mal so. Ja. Wunderbar, was haben wir denn? Steintafel der Strakke. Perfekt. Gleich mal lesen, die Steintafel der Stärke. Unterschriften. Wo bist du denn? Da bist du ja. Wow. Das gefällt uns. Schauen wir mal auf unsere Geschicklichkeitscharakterprofilgeschichte da. 233 Stärke, 186 Geschick. Jo, um das mal eben kurz zu zeigen. Ja, äh, dieses Gemetzel eben, das habe ich am darauf folgenden Tag gemacht. Und, äh, an dem Tag, wo ich vorher das aufgenommen habe, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gemacht habe. Ich habe unzählige Versuche gemacht. Lass es mal 20 Stück gewesen sein. Und, ähm, ja. Und, äh, da habe ich mir gedacht, so, am nächsten Tag machst du weiter. Und, ja, in frischer Energie klappte das dann auch, ne? Gut, ähm, noch mal speichern. So, und dann kommt natürlich noch erschwerenderweise hinzu, aufgrund der vielen Fehlkämpfe, habe ich natürlich alles mit pausiert aufgenommen. Also, ich muss mal gucken, wo es hier weitergeht. Ach, hier, ach, der ist es. Mein beschworener Dämon. Das war der Sound von eben. Dass ich, äh, sozusagen, so viel Bruttospielzeit aufgenommen habe, dass, hier ist Feuerkraut noch, Feuerwurzeln vergessen. Äh, dass ich dann, äh, gesagt habe, das ist jetzt für mich unüberschaubar von der Zeit her, so circa eine halbe Stunde. Und, äh, deswegen, hier ist noch was. Deswegen habe ich schon mal, äh, äh, vorbereitet im Filmschnitt. Das ist cool. Jetzt, äh, müsste ich nur noch sieben Minuten, sozusagen, hier noch aufnehmen. Und, ähm, schauen wir mal. Ging es hier noch irgendwo weiter? Nein, das hatten wir doch alle schon gehabt. Ja. Aber ist noch eine Feuernessel hier. Gut. Ja, und, äh, das ist jetzt der Rest, den ich hier mache. Moment mal, ich bin jetzt hier runtergejumpt. Gibt es keinen Weg mehr hoch? Doch, hier. Äh, äh. Okay, also. Ja, und jetzt, äh, muss ich noch mal gucken, ob es noch ein paar Geschichten gibt auf dem Weg. Die sich ein bisschen einfacherer. Da waren wir doch schon, ne? Oder schläft der? Ne, der ist kaputt. Gut. Die sich halt eben ein bisschen einfacherer hier kaputt metzeln lassen. So, das war das mit dem dicken Baum und dem einen Kronstöckel. Und ich meine, genau, hier auf dieser Anhöhe gibt es auch noch so ein H1. So, dann haben wir den nämlich auch schon mal wieder weg aus dieser Ebene. Und hier gibt es auch noch ein paar Pflänzle. Ja, und ab und zu fallen mir so ein paar Gimmicks ein. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Meine lustige Laufschriftbrille. Das mache ich mal ganz spontan. Auch das könnte ich mal einfügen. Oder andere lustige Gimmicks. Vielleicht mache ich noch ein Meme hier rein bezüglich der Fehlkämpfe. Und die Truhe, die es hier noch zu knacken gibt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Oh, eine einfache Kombi. Und dann haben wir wieder eine Steintafel des Zweihandkampfes. Aha, das finde ich mal sehr klasse. Bei Zweihand, da bin ich absolut eine Niete drin. Okay, Schriften. War sie oben? Nee, das war die umgekehrte Steintafel. Eine Zweihandkampf. Da, das könntest du sehen. Richtig. Und es gibt mir... Moment, ganz schnell weg. Ja, ist schon wieder weg. Links wird es auch nicht angezeigt. Okay. Des Renderes zu verschulden. Ja, gucke ich jetzt auf die Zeit. Habt noch ein paar Minütchen. Und dann gucken wir, dass wir da oben... Ah, ich habe meinen Bogen noch nicht definiert. Ah. Ja, das ist so von wegen tausendmal kämpft. Und dann, äh... Ups. Ähm. Das ist ein Knochenkrieger. Okay. Soll ich den jetzt machen oder nicht? Nein, ich mache ihn in der nächsten Folge. Liebe Freunde. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Nicht wahr? Und, äh... Ich wünsche euch so einen letzten Resttag. Also vom Wochenende. Also den letzten Sonntag, wenn das hier rauskommt. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das wird wieder Donnerstag sein, nicht? Um 18 Uhr. The following Thursday. Ich verabschiede mich und, äh... Bleibt stark. Tschüss. Untertitelung. BR 2018